Lieber Wunschbrunn, ich wünsch mir eine Welt, die anhält, um mich aufzugabeln. Ich wünsch mir eine Welt, in der Nebelschwaden wabern. Ich wünsch mir eine Welt voll von THC. Alex, 16 Jahre, ist bekifft. Stattdessen soll nun ein buchstäblich tonnenschwerer, völlig unkontrollierter Cannabis-Privatmarkt in deutschen Wohnungen entstehen, bei dem jeder Erwachsene Stoff für 150 Joints aufbewahren darf. Was diesen ganzen Satz, also der einfach so unkommentiert da steht, noch absurder macht, ist, auch im Verhältnis zur Alkoholregulierung wären solche Öffnungen absurd. Einen großen Artikel macht, das kann geht, droht zu scheitern. Die SPD ist sich uneins und komplett zerstritten, können sich überhaupt nicht einigen. Frohes neues Jahr, kann man das noch sagen, ich weiß es nicht. Wir wünschen es euch trotzdem, nachdem letzte Woche ja nur ein Re-Upload kam, ist das ja jetzt quasi unsere erste Folge, die rauskommt dieses Jahr. Letzten Monat haben wir ja schon ein Thema angesprochen in unserem Podcast, das immer noch sehr aktuell ist und uns auch beide so ein bisschen umhertreibt. Und ich denke euch auch, es geht wieder mal um die SPD mit Höhen und Tiefen, Matze. Ja, also nachdem ja Anfang Dezember war es ja, glaube ich, im Endeffekt die Nachricht kam, die SPD ist sich scheinbar noch nicht einig, obwohl sie zwei Jahre lang an einem Gesetz arbeitet, aber sie ist sich jetzt scheinbar doch noch nicht einig und hat das Ganze dann doch noch nicht im Dezember verabschiedet, worauf wir ja alle gehofft hatten. Eigentlich hatte ich dann gehofft, dass wenn jetzt über die Feiertage und dann über das neue Jahr so ein bisschen weniger Content produziert wird, dass man nach so einer Winterpause jetzt hier theoretisch mit freudigen Nachrichten direkt anfängt, aber das haben wir nicht. Stattdessen hatten wir letzte Woche in meinen Augen eine sehr interessante Woche. Also jetzt die letzten sieben, acht Tage waren komplett crazy, was die Nachrichten angeht. Also ja, für alle, die das nicht mitbekommen haben, glaube ich, kann ich ja nochmal anfangen. Wir haben für die Legalisierung, für das Cannabis-Gesetz, für das Kangeh im Endeffekt den Stichtag, 1. April, wo es in Kraft treten soll. Damit das dort in Kraft tritt, muss dieses Gesetz aber vorher durch den Bundestag und den Bundesrat. Nun ist die letzte Möglichkeit, wo das noch stattfinden kann, der 23.2. Also das ist wirklich das allerletzte Datum, in dem das im Bundestag noch verabschiedet werden kann, damit da noch am 1. April in Kraft tritt. Wir werden gespannt sein, was sich bis dahin noch alles entwickelt. Ob sich bis dahin noch was entwickelt? Naja, wir werden auf jeden Fall weiter ganz viele Nachrichtenbeiträge kriegen. Davon bin ich überzeugt. Ja, ja, das auf jeden Fall. Das wird uns hingehalten. Es gibt negative Antworten, negative Nachrichten. Es gibt positive Nachrichten. Es gibt negative Nachrichten, es gibt positive Nachrichten. Dir kein Blut wird uns wieder versuchen zu besänftigen. Die Spitze der SPD wird wieder sagen, nein, es wird mit uns keine Legalisierung geben. Also es könnte noch sehr spannend werden. Die Spitze der SPD hat nie gesagt, es gibt keine Legalisierung. Die Innenminister, Entschuldigung. Die Innenminister. Ja, das sind die Länder, das stimmt. Das hatten wir aber, als wir den Bundesrat, den Antrag in der Folge besprochen hatten, hatten wir ja auch darüber gesprochen. Also der Bundesrat, das sind ja im Endeffekt alle Ministerien der Länder. Gut, haben nicht alle für jeden einzelnen Punkt mit abgestimmt, aber bei vielen Punkten waren auch SPD-Mitglieder, die Teile der Legalisierung nicht in Ordnung finden. Ich finde immer die ganzen Aussagen kurios. Theoretisch können wir ja durch so eine schlechte Nachricht mal durchgehen. Ich meine, selbst wir Legalisierungsbefürwörter finden manche Sachen, die im Gesetz stehen, nicht in Ordnung. Das ist halt nun mal so. Wenn man ein Gesetz verabschiedet, muss man ja irgendwie die Mitte treffen, im besten Fall. Und dann wird es auf beiden Seiten immer Probleme geben. Aber ich meine, anders kann das ja auch gar nicht funktionieren. Wenn man das jetzt komplett freigibt, dann haben die Prohibitionsbefürwörter richtige Probleme. Wenn man es jetzt hart reguliert, noch härter als es jetzt schon der Fall ist, dann haben die Legalisierungsbefürwörter wieder richtige Probleme. Also ich meine, da wird es immer Leute geben, die irgendwas zu meckern haben. Und das ist auch ein Prozess, der halt ein bisschen länger braucht und länger dauert. Das Gesetz, wenn das jetzt verabschiedet wird, das ist doch nicht das Gesetz, was wir in 10 oder 15, 20 Jahren noch haben. Das wird sich verändern müssen. Denn alleine schon dadurch, dass jetzt, wenn das Gesetz so kommt, wie es jetzt ist, da so viel unreguliert einfach noch ist und so viel durch Gerichte geklärt werden muss. Das ist ja auch einer der Kritikpunkte, dass die Gerichte ja trotzdem noch so viel zu tun haben werden, weil halt noch so viel unsicher ist. Aber da wird sich an dem Gesetz, wenn das so kommen sollte, wird sich noch sehr, sehr viel ändern. Und da kann ruhig jetzt auch noch Kritik kommen ohne Ende. Das ist ja dann was, worauf man in der Zukunft eingehen kann. Man kann erstmal schauen, wie funktioniert das Gesetz, läuft es vernünftig, gibt es wirklich mehr Probleme, mehr Straftaten, mehr Probleme mit dem Straßenverkehr oder ist es doch so wie in den anderen Ländern, wo legalisiert wurde, dass gar nichts Auffälliges passiert. Das kann man ja dann alles herausfinden und dementsprechend dann noch anpassen. Ja, also was mich vor allem am meisten stört, ist eigentlich, dass hier bereits jetzt zwei sehr lange Jahre an diesem Gesetz gearbeitet wurde. Und es ja wirklich lange gebraucht hat, weil sich immer mit unterschiedlichen Ressorts abgestimmt wurde, immer wieder Meinungen eingeholt wurden, immer wieder diskutiert und debattiert wurde, immer wieder über dieses Gesetz halt einfach, ja, geredet wurde. Und jetzt, so kurz bevor das Gesetz im Endeffekt in die Umsetzung kommt, kommen auf einmal so Stimmen, die da was gegen sagen. Ob da wohl Lobbyarbeiter hinter steckt? Ob das vielleicht was mit Korruption zu tun hat? Ich glaube eher, also das ist jetzt meine These. Keine Unterstellung. Ich sehe da tatsächlich, dass in den Medien wieder zu breit getreten, also die Negativnachrichten, ich lasse die nicht so an mich herankommen und zwar aus dem Grund, weil wenn dann so eine süddeutsche Zeitung, die eh schon immer gegen die Legalisierung geschossen hat, also schon immer, einen großen Artikel macht, das kann geht, droht zu scheitern. Die SPD ist sich uneins und komplett zerstritten, können sich überhaupt nicht einigen, dann wird da das Bild von dieser komplett zerstrittenen Partei gemacht, die sich auf nichts einigen kann und viele nehmen das auch erstmal so hin und dann wird, ich meine, man sieht es ja viel, SPD-Bashing betrieben. SPD ist wieder scheiße, SPD kriegt nichts hin, SPD ist sich nur am streiten. Ich kann jetzt von außen nicht beurteilen, ob das so ist oder nicht, aber diese, genau, und es sorgt dafür, dass immer mehr Leute diesen Gedanken kriegen, die SPD ist zerstritten, die SPD kriegt das nicht hin und es rührt immer mehr zu einem Aufruhr, den halt die süddeutsche Zeitung nimmt, um ja, im Endeffekt in meinen Augen da einfach einen Keil reinzutreiben, also generell auch viele Medienanstalten, die dann einen Keil da rein treiben und das sehr wertend schreiben. Also ich finde zum Beispiel LTO immer ganz gut, jetzt von unseren Quellen, die wir hier immer haben, weil das da recht neutral immer geschrieben wird, was im Endeffekt passiert, aber jetzt bei der Süddeutschen Zeitung, da der Artikel, der da kam, der war in meinen Augen so, ja, wie nennt sich das, polemisch geschrieben, also so populistisch geschrieben im Endeffekt, also wirklich sehr stark, also in meinen Augen viele Begriffe, sehr starke Meinungsmache da drin, wo von einer komplett zerstrittenen SPD gesprochen wird, aber Also, was ja derzeit definitiv der Fall ist, es wird sich mit den Ländern gestritten, oder zumindest die Innenminister der Länder sind da nicht ganz mit einverstanden, dann müssen wir aber auch sagen, die haben an sich nichts zu melden. Also, der Bundesrat, es ist nun mal nur ein Einspruchsgesetz und kein Zustimmungsgesetz, das heißt, der Bundesrat kann da jetzt im Endeffekt gegen das Gesetz gar nichts machen. Klar muss da in der SPD intern sich abgesprochen werden, aber es wurde sich von der Bundestagsfraktion an sich geeinigt, vor allem von den dafür zuständigen Politikern, die dafür von der Partei SPD ausgewählt wurden, dieses Gesetz zu machen. Die haben sich geeinigt und auch die SPD-Spitze sagt weiterhin, sie hält am 1.4. fest. Ich sehe es auch in der Schwebe, also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Prozentsaar ich das letzte Mal genannt habe. 60 hast du gesagt, glaube ich. Ja, ja. Noch kurz, dass du mehr glaubst, es kommt, als dass es nicht kommt. Bist du jetzt da drunter, bist du bei 40 oder 30? Ja, 40. Ja, ich bin immer noch so Richtung 70, 80. Ich bin, ich glaube, das Gesetz kommt, aber... Hat sich das bei euch verändert? Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie wahrscheinlich seht ihr das noch. Also ich, man merkt auf jeden Fall, die Stimmung kippt, die Leute glauben so langsam wirklich nicht mehr dran. Ja. Das merkt man auf jeden Fall und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. Also sie sollten jetzt so langsam wirklich hinne machen, wenn was kommen sollte oder klar sagen, nein, es kommt nicht. Ja, aber dieses, aber das ist das, was ich glaube. Ich glaube, dieses, diesen, diesen, immer im Endeffekt dieses Wässern, dieser, dieser Frust, dieses, das Gesetz wird eh nicht kommen, was die Leute jetzt alle dieses Gefühl haben, ach, das, das passt, das kommt nicht mehr, jetzt der Handel wird es verraten. Oder wenn es doch kommt? Nee, genau das nutzen dann noch recht konservative Medien aus, die jetzt immer weiter, die auch die Cannabis-Community spalten wollen und aufbringen wollen, dass Leute aufgeben, dieses Gesetz nicht mehr verfolgen, weil, ach, macht die SPD eh nicht mehr. Und ich glaube, genau das ist, also das wäre der falsche Schritt, wenn man jetzt sagt, wegen diesen Berichten, das paar kommen nicht mehr, sondern das ist jetzt unsere Chance im Endeffekt, hier nochmal laut zu werden, wirklich weiter die Politiker anschreiben, weiter Demos zu organisieren, hingehen und im Endeffekt dafür kämpfen, dass es kommt. Und, also in meinen Augen, da auch, äh, noch Politikern wie Dirk Heidenblut, äh, das Vertrauen schenken, dass da im Endeffekt alles getan wird. Und solche Leute ist es gerade auch sehr schwierig, glaube ich, ne? Die haben jetzt, kamen wege, ähm, Dirk Heidenblut. Die kriegen jetzt natürlich richtig Probleme, ähm, also, ich will auch nicht in deren Haut stecken jetzt. Stell dir mal vor, du arbeitest in einer Firma und du kriegst so ein, so ein Großprojekt und dann wurdest du von allen, von, von deiner Firma auserwählt, das zu bearbeiten. Du bearbeitest das zwei Jahre lang, gibst dir richtig Mühe, damit das richtig gut wird. Und dann sagt dein Chef so, nö. Nee, 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 ich meine nicht mal der Chef, sondern so ein paar andere Angestellte aus der Firma kommen und sagen, nee, das finde ich jetzt aber kacke, so, gerade wenn es eigentlich fertig ist. Und das geht halt nicht. Ähm, aber, also, die, die jetzt wirklich da was gegen sagen, sind ein paar Einzelstimmen aus der SPD. Da wird es immer Leute geben. Ich kann mir auch vorstellen, dass es bei der FDP und bei den Grünen einzelne Leute gibt, die gegen eine Legalisierung sind. Definitiv. Also, da, dass da jetzt auch, ja, ich meine, jede, ähm, Antwort, die dabei, ähm, ach, wie heißt das nochmal, Abgeordnetenwatch ist es, glaube ich, wo du dir den Abgeordneten Fragen stellen kannst. Und dann wird da ja den ganzen SPD-Politikern Fragen gestellt. Und dass da halt ein paar bei sind, die sagen, ich bin nicht von einer Legalisierung überzeugt. Müssen sie ja nicht. Ja. Also, ich bin auch nicht von einer Alkohollegalisierung überzeugt. So, sie ist trotzdem da. Ja. Und, ähm, wir werden dann auch sehen, da bin ich gespannt, ob das dann eine Abstimmung wird, wo, ähm, kein Fraktionszwang, äh, gilt. Das, das war jetzt übrigens nicht so gemeint. Ich bin natürlich für eine Legalisierung aller Drogen, aber Regulierung vernünftig, aber Alkohol ist mir zu frei zugänglich. Es sollte da auch Fachgeschäfte geben. Wenn ich nicht falsch verstehe. Ich habe jetzt schon die Kommentare reinfliegen sehen. Ähm, aber, genau, und die Argumente, die genannt werden von den Innenministern, finde ich, ähm, ja, auch wieder sehr interessant. Also, ähm, da haben die, die, äh, Länder haben beim BKA einen Bericht angefordert, also Bundeskriminalamt, die da, äh, rüber schreiben sollen. Ja, im Grunde genommen schießen immer noch dieselben dagegen, die auch früher schon dagegen geschossen haben. Es sind auch genau, 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 genau die gleichen Argumente. Also, es wird, es wird immer, also, das wird gar nicht infrage gestellt gefühlt von denen, die dagegen sind, gegen eine Legalisierung. Es wird immer einfach angenommen, als, als gegeben im Endeffekt, ähm, wenn legalisiert wird, wird mehr konsumiert. Denn es, es, es sind solche Sachen wie, ja, die Polizei wird ja dann mehr Arbeit haben. Warum wird die Polizei mehr Arbeit haben? Klar muss sowas wie Clubs kontrolliert werden, klar müsste sowas wie Abstandsregeln kontrolliert werden, aber, naja, das ist ja derzeit auch so. Ist es nicht dann keine Straftat mehr, sondern eine Ordnungswidrigkeit und dann können die Bullen sowieso wegschauen? Bei, bei vielen Sachen ja. Ja, bei vielen Sachen. Dann müssen sie ja gar nicht mehr kontrollieren, sondern die können dann denken, ach, ja, jetzt heute nicht. Genau, zum einen das, sie haben nicht mehr immer den Zwang, außer sie sehen nicht halt eindeutig mit irgendwie 200 Gramm rumrennen halt. Oder direkt neben dem Quietereingang. Genau, aber ansonsten, ich meine, wenn ein Polizist bisher einen bei einer Schule sieht, muss er den auch hochnehmen und mit auf die Wache nehmen. Wenn ein Polizist bisher einen Cannabis-Club findet, wo halt Cannabis angebaut wird, wird das auch mit einem kompletten SWAT-Einsatz im Endeffekt hochgenommen und alles rausgerissen. Das sind ja nicht auf einmal, da tauchen ja nicht auf einmal Cannabis-Anbaustätten auf, die es vorher nicht gab. Das Einzige, was ja jetzt anders ist, ist, der Staat weiß auf einmal, wo Cannabis angebaut wird. Bisher ist ja das alles im Endeffekt überall, in den ganzen Städten, wo sich diese ganzen Clubs anmelden, das zeigt ja nur, da sind schon Kiffer. Da sind schon Leute, die Cannabis konsumieren. Da entstehen nicht auf einmal neue Leute, die für mehr Polizeiaufwand sorgen. Sondern der Staat weiß einfach auf einmal, oh, so viele sind da. Und genau das ist in meinen Augen das größte Problem. Sie denken immer, der Konsum würde steigen. Und das zeigt sich an Kanada oder den USA, es ist kurzfristig der Fall. Genau, ganz am Anfang, weil mehr Leute ausprobieren, es wird auf einmal legal, man darf es auf einmal, da wird getestet, aber trotzdem. Und gleichzeitig, was vor allem bei den Autofahrern angeht, wo auch immer von gesprochen wird, ja, wir werden dann mehr Cannabis-bezogene Delikte im Straßenverkehr haben. Ja, das hat sich in den USA und Kanada gezeigt, dort sind die Zahlen gestiegen. Sie sind aber auch vor allem auf die Verhältnisse der Einwohner nicht krass gestiegen. Aber, was auch sich gezeigt hat, viele von den Leuten, die Cannabis konsumieren, haben auch in Umfragen und Studien angegeben, dass sie dafür keinen Alkohol mehr konsumieren. Und jetzt kann man sich mal fragen, wie viele Probleme haben wir denn mit Alkohol im Straßenverkehr? Und jetzt kann man sich mal fragen, wer denn gegen die Legalisierung schießt. Ja, gut. Ja, genau. Also Alkohol ist noch ein ganz großes Problem im Straßenverkehr, glaube ich, ein weitaus größeres als Cannabis und auch als Cannabis jemals werden wird. Weil die Menschen, die Alkohol konsumieren, verlieren eine Hemmschwelle und setzen sich dann ins Auto. Die Leute, die Cannabis konsumieren, verlieren keine Hemmschwelle, die wissen immer noch genau, was sie tun. Würde ich jetzt größtenteils behaupten. Ja, es gibt aber Leute, die haben generell keine Hemmschwelle. Ja, natürlich. Gibt's auch. Also Drogen im Straßenverkehr ist immer schlecht, also auch mit Cannabis, auch wenn ich da nicht eingestellt bin, was ärztlich überwacht ist, sondern im Recreational-Bereich. Ja, wir gehen jetzt ja von Recreational aus, genau, nicht vom medizinischen Konsum. Dann ist es auch nicht in Ordnung, wenn ich um 8 Uhr konsumiere und dann womöglich um 12, 13 Uhr schon Auto fahre, selbst wenn ich mich fit fühle. Da muss ich dann einfach wissen, okay, es braucht 8 Stunden, bis das Ganze in meinem Blut abgebaut ist und dann darf ich wieder Auto fahren. Und hoffen, dass bis dahin die FDP auch einen neuen Grenzwert im Straßenverkehr erhält. Ja, wobei, also das Schlimmste, was ja derzeit ist, ist ja nicht der aktive THC-Grenzwert, sondern der Abbaustoff-Grenzwert. Und der fliegt mit dem Kandi auf jeden Fall raus. Okay. Also das steht schon drin, weil es steht nicht mehr im Gesetz drin, dass der regelmäßige Konsum deine Fahrerlaubnis dich im Endeffekt entzieht. Also regelmäßiger Konsum wird mit dem Gesetz erlaubt, was bisher verboten ist. Und das ist der große Vorteil. Also da ist es dann wirklich der aktive THC-Grenzwert. Das heißt, wenn ich abends, sage ich mal, um 6 Uhr, 18 Uhr rauche ich meinen letzten Joint oder nehme den letzten Vaporizer-Kapsel, dann kann ich morgens um 8 Uhr, 7 Uhr auch wieder zur Arbeit fahren und ich habe das genug abgebaut. Vaporizer findet ihr übrigens bei uns im Shop. Vorausgesetzt, ich habe jetzt natürlich nicht den ganzen Tag vorher schon extrem viel konsumiert oder dann irgendwie noch Edibles mittags gegessen oder so. Natürlich, wenn man seinen Pegel im Blut extrem hochschießen lässt vorher, dann funktioniert das nicht so. Aber wenn ich jetzt wirklich nur davon ausgehe, ich bin sonst komplett nüchtern, konsumiere abends, sage ich mal, vor dem Abendessen, weil ich will für ein Abendessen hungrig sein. Mir gefällt das immer dann, dass das so gut schmeckt dann auch. Dann kiffe ich vor dem Abendessen. Dann kann ich am nächsten Morgen auch Auto fahren. Das ist von dem aktiven THC-Grenzwert in Ordnung. Abbauprodukt wird mit dem Gesetz kippen. Aber ja, es wäre auch schön, wenn da natürlich auf, was sind es dann anstatt 0,1 sind es dann 0,3 Nanogramm. Momentan sind es ein Nanogramm. Ein Nanogramm, genau. Und dann soll es auf drei Nanogramm, genau. Das weiß noch keiner. Wir gehen davon aus. Das war das, was vorher auch schon, glaube ich, mal, was ja Wissenschaftler schon mal vorgeschlagen haben, waren ja diese, glaube ich, drei Nanogramm. Ich glaube, Kanada macht fünf, wenn ich mich nicht irre. Ja, Niederlande hat auch, glaube ich, mehr, irgendwie sechs oder sowas. Genau, drei Nanogramm wäre auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also ich wäre damals trotzdem drüber gewesen. Ich glaube, ich war bei 3,3. Du hast aber auch den Tag halt konsumiert. Das war ja nicht, dass du direkt am Abend... Ja, ich bin ja auch Patient. Genau, ja, ja, nein. Aber ich meine, wenn du jetzt halt, wenn man da jetzt den Vergleich hätte, du wärst den Abend vorher, hättest du gekifft, dann wärst du da auf jeden Fall drunter gewesen. Dann hätte ich nur die Abbauprodukte gehabt. Und die dürfen, glaube ich, zurzeit auch nur ein Nanogramm sein, meine ich. Und ich hatte 33. Ja, genau, da leiten die sich immer nur sehr viel draus ab, wie viel man da wirklich konsumiert oder so. Also ich glaube, das kann auch bis 60 oder so hochgehen, wenn man wirklich regelmäßig viel konsumiert. Ja, ich bin halt eingestellt, ich brauche ja nicht viel konsumieren. Genau, also das ist auf jeden Fall noch ein Thema, was noch wichtig wird, wenn die Legalisierung kommt. Da haben wir auch immer noch nichts gehört. Also es geht hier nicht nur um die SPD, sondern auch um die FDP. Das ist ja auch so eine Neverending Story. Da wurde erst gesagt, kommt Ende Mitte 2023, dann Ende 2023. Jetzt, wenn das Gesetz fertig ist, legt es dann auch vor. Ja. Also das wird auch immer später so. Mal schauen. Ja, da bin ich auch gespannt. Ja, genau, du hast jetzt vorhin auch das Statement von Dirk Heidenblut angesprochen. Können wir mal kurz reingucken, genau. Weil er hatte sich bei Instagram dann gemeldet und hatte geschrieben, ich weiß, wir fordern die Geduld derjenigen, die auf das Kange warten, massiv, auch meine übrigens, aber ich bin weiter entgegen aller medialen Berichte der Überzeugung, die SPD hält an einer neuen, besseren Drogenpolitik fest und wird das Kange als einen wesentlichen Baustein dafür gemeinsam mit den Ampelpartnern so zeitnah aufsetzen, dass der erste vierte als in Kraft treten gehalten wird. Sobald ich etwas verbindlich weiß, werde ich auch dazu berichten. Ist ja schon mal gut, dass er dann direkt berichten wird. Wir werden sein Instagram im Auge behalten. Aber ich bin, ich glaube, er war auch mal überzeugt, dass das Gesetz schon zum 01.01.24 kommt. Also nur weil Dirk Heidenblut von etwas überzeugt ist, heißt das nicht, dass es auch definitiv so kommt. Hast du die Aufnahme von Carmen Weger aufgenommen? Wo sie in ihrem Poetry Slam THC sagt? Ich will THC, eine Welt voll THC. Lieber Wunschbrunn, ich wünsche mir eine Welt, die anhält, um mich aufzugabeln. Ich wünsche mir eine Welt, in der Nebelschwaden wabern. Ich wünsche mir eine Welt voll von THC. Alex, 16 Jahre ist bekifft. Ach, wo ich hier gerade die Gläser sehe. Zeit für unseren Sponsor des heutigen Videos. War gut, ne? Ja, können wir so nehmen. Wollt ihr auch Blüten, die mit der Zeit besser statt schlechter werden? Dann schaut beim Canasseur Club vorbei. Bereits seit vielen Jahren arbeiten sie daran, ihre Gläser stetig zu verbessern und sie beinhalten in einigen Varianten auch elektronische Hygrometer. Mit derer Hilfe ihr immer wisst, bei welcher Luftfeuchtigkeit eure Sorten gerade lagern. Wir verlinken euch den Shop natürlich unten in der Beschreibung. Wenn ihr also nicht verpassen wollt, falls es Neuigkeiten bei Dirk Heidenblut oder überhaupt der SPD gibt, dann folgt auf jeden Fall unseren Kanal. Abonniert uns, aktiviert die Blocke, um den Upload nicht zu verpassen und dann werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, falls sich was tut im Gesetz, falls es verabschiedet wird. Falls es in die Lesung geht, alles werdet ihr bei uns auf jeden Fall erfahren. Ja, und wenn ihr am allerschnellsten informiert werden wollt, könnt ihr uns einfach mal bei Instagram folgen. Das haben wir hier auch eingeblendet. Denn bei Instagram posten wir sowas dann direkt auch in unserer Story. Also wir verfolgen da unterschiedliche andere Kanäle und tragen dann immer die wichtigsten Sachen bei uns auch zusammen und reposten das bei uns in der Story. Dementsprechend, wenn ihr da nicht Lust habt, jeden Politiker selber zu verfolgen, könnt ihr uns einfach folgen bei Instagram. Und wir haben auch eine starke Community, die uns auch solche Sachen zuschiebt. Das muss man auch ganz gut sagen. Auch nochmal Dank an der Stelle an alle, die uns unterstützen und uns News zuschieben, die wir dann direkt bearbeiten können oder auch weiter teilen können. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Also falls ihr was findet, schreibt uns gerne bei Instagram. Dann sind wir ein bisschen schneller, ein bisschen größer und dann schaffen wir das gemeinsam, dass wir uns auf dem Laufenden halten. Und da ich eben schon einmal den 22. und 23. Februar angesprochen habe, was ja der letzte Tag ist, in dem das noch im Bundestag beschlossen werden kann, damit das zum 1. und 4. in Kraft tritt, ist mir auch eingefallen. Am 22. Februar haben wir tatsächlich auch was geplant. Und zwar habt ihr es vielleicht schon gesehen, es kommt jetzt bald hier auf dem Kanal in der nächsten Zeit noch vor dem 22. Februar eine Review raus für einen Vaporizer, wo viele uns gefragt haben, ob wir den nicht mal reviewen können und unsere Meinung dazu sagen können, da ihr gespannt seid, ob ihr euch den kaufen sollt. Es geht um den Venti. Genau, es geht um den Venti. Und dazu sind wir dann in ungefähr einem Monat sogar bei Storz und Bickel vor Ort am 22. Februar. Genau, wir schauen uns die Facility an, schauen uns an, wie die Vaporizer in Deutschland produziert werden und werden natürlich auch ein Interview mit dem Geschäftsführer führen, mit Jürgen Bickel. Und ich wäre ja mal gespannt, also wenn das direkt an dem Tag, da wo wir wieder weg sind, wenn dann an dem Tag natürlich zweite, dritte Lesung vom Kange wäre und wir bei Storz und Bickel sind, wenn die Legalisierung beschlossen wird, das wäre natürlich nochmal ein besonderer, ein besonderes Highlight, dann kriegt ihr das bei uns direkt die Info. Wenn ihr da die Reise auch nicht verpassen wollt, auch bei Instagram folgen, das sind auch immer, wenn wir unterwegs sind, wenn wir irgendwelche Außendrehs haben oder so, dann nehmen wir euch bei Instagram auch immer mit. Also Insights werdet ihr da am meisten bekommen. Oh Gott, ist das kalt hier. Leute, ihr müsst uns Geld sponsern, wir brauchen endlich ein richtiges Studio mit Heizung. Ja und wo ich eben schon angesprochen habe, dass ich die, gerade die Medienwelt da sehr schrecklich finde, auch wieder so ein Artikel hier bei NTV, wo, also was in meinen Augen genau das widerspiegelt auf, was ich meine, kommt Paradies für Dealer, SPD-Politiker will Lauterbachs Cannabis-Reform stoppen. Also, worum geht es dann da? Ja, es geht um einen Bundestagsabgeordneten bei der SPD, der Kriminalbeamter ist oder war, Sebastian Fiedler. Und er hat sich halt im Interview geäußert, dass er das nicht richtig findet. Er hofft, dass sich in diesen Gesprächen die Erkenntnis durchsetzt, dass dieses Gesetz auf gar keinen Fall kommen darf. Und er meint, dass der Gesetzesentwurf mit den Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag rein gar nichts zu tun haben. Ja, da müssen wir auch sagen, wir hätten uns natürlich gehofft, wenn wir richtige Fachgeschäfte gehabt hätten. Aber angeblich sollen die ja noch kommen. Ja, nicht nur das. Ich finde aber alleine auch schon, man hat ja im Endeffekt den Cannabis-Clubs die ganzen Auflagen gegeben, die man den Fachgeschäften gegeben hätte. Und dann nur zusätzlich gesagt, dürft halt keinen Gewinn machen. Aber ansonsten genau das Gleiche. THC muss kontrolliert werden, Streckmittel müssen alles dokumentiert werden, wie wird gedüngt, wie wird gedrückt. Und dass sie anbauen dürfen, genau. Das macht ja ein Cannabis-Fachgeschäft, würde ja auch nicht anbauen. Genau. Das heißt, da ist alles wirklich komplett überwacht. Da ist an sich nicht, also und ich meine, was liest man aus dem Koalitionsvertrag drauf? Da steht ja wirklich nur, wir wollen Cannabis zu Genusszwecken an über 18-Jährige in lizenzierten Fachgeschäften abgeben. Die Cannabis-Clubs sind im Endeffekt, die brauchen ja auch eine Zulassung, du musst dich ja anmelden. Da müssen geprüft werden, ob man die Auflagen erfüllt. Das ist ja nicht viel anders als eine Lizenzierung. Und ob ich das nun Fachgeschäft nenne oder ob da halt Fachangestellte im Endeffekt in einem Club drin sind, die sich halt damit gut auskennen. Das macht ja auch keinen Unterschied, weil die Auflagen sind ja im Endeffekt die gleichen. Also das ist ja eins der Probleme, wo viele Clubs sagen, wir haben extrem hohe Auflagen. Wie sollen wir das machen, wenn wir keinen Profit machen können? Oder dürfen auch. Dementsprechend, also ich sehe nicht, wie das komplett gegen den Koalitionsvertrag spricht. Und mir ist gerade eine Idee gekommen. Wir hatten ja jetzt die letzte Zeit, bevor das mit den wundervollen AfD-Protesten losgegangen ist, die Bauernproteste, die sich ja aufregen wegen der ganzen Problematik, die wir gerade haben. Auch allgemein ist das ja in der Agrarpolitik zurzeit ziemlich kaputt alles, beziehungsweise wurde es die letzten Jahrzehnte halt so kaputt gewirtschaftet. Es wäre doch total schön, wenn man Fachgeschäfte anbietet, die Bauern unterstützt, dass sie vernünftige Greenhouses bekommen oder vernünftige Anlagen draußen bekommen, wo sie Weed anbauen können, das dann super geil gewinnbringend verkaufen können, mit vernünftigen Margen, nicht so wie das jetzt zurzeit mit der Milch ist, sondern mit vernünftigen Margen. Das könnte man alles jetzt gerade gut machen. Und dann hätten ganz viele Leute, erst mal es gibt Steuergelder, dann hätten die Bauern vernünftiges zum Anbauen, hätten nicht mehr die Probleme, dass sie immer größere Viehlandschaften bräuchten, um überhaupt Gewinne zu fahren, sondern sie könnten einfach ein paar Weed-Pflanzen anbauen. Also ein paar ist gut, es müssen schon viele sein. Aber das wäre so eine Möglichkeit, wo ich mir vorstelle, da könnte man viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. So von, weiß ich nicht, diese ganzen großen, wir sind doch hier auch in einem Stall. Früher war das hier ein Viehstall, den könnte man noch wunderbar als Growroom umbauen. Jetzt haben wir ein Studio daraus gemacht, aber es gibt natürlich noch andere Hallen, die Bauern zu Hause haben, wo man vernünftige Indoor-Anlagen hochziehen könnte. Und da dann halt ein bisschen Subvention reinsteckt, dass die das vernünftig umbauen können. und dann werden doch eigentlich alle zufrieden. Aber da müssen wir uns natürlich noch auf Säule 2 gedulden, weil sonst muss das ja auch alles irgendwie importiert werden, wenn es keinen Anbau in Deutschland gibt. Ich meine, die Cannabis-Social-Clubs werden wohl nicht für die Abgabestellen dann später... Nee, nee, das wird in Säule 2 mitgeredet werden. Genau, da muss ja dann, muss ja ein neuer Anbau stattfinden für. Und das kann nicht, die Pharmahersteller, die das jetzt gerade in Deutschland machen, die können das auch nicht alles wuppen. Auch wenn sie das gerne machen wollen, würden... Ich würde sagen, die würden sich darüber frei. Natürlich, aber ich finde, das sollte eher jetzt zum Beispiel großflächiger verteilt werden. Dann gibt es halt einen Bauern, der diesen einen Strain hat, der übelst geil abgeht und jeder will den haben, dann hat der doch die Möglichkeit, da was draus zu machen. Das geht dann so Richtung Craft-Cannabis-Meer. Vielleicht nicht so große Batches, wie das jetzt ein Pharmaziehersteller, der in Deutschland produziert, herstellen könnte. Aber kleinere Batches mit mehr Liebe. Und, ähm, ja, weiß nicht, ist mir gerade so durch den Kopf gekommen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob das nicht eine schöne Idee wäre, unsere deutschen Landwirte zu unterstützen, indem sie dafür sorgen, dass, ähm, mehrere Millionen deutsche Cannabiskonsumenten in Deutschland mit vernünftigem Cannabis versorgt werden. Was der Fiedler hier, also das finde ich auch bei diesen Nachrichtenartikeln, da werden immer noch prohibitionistische, äh, Märchen, also wirklich oder Lügen einfach abgedruckt, ohne dass das redaktionell nochmal überprüft wird oder so. Äh, oder dann mit, mit, mit Kontext, äh, für unerfahrene Nutzer, äh, hinterlegt wird. Weil dann schreibt der Sebastian Fiedler hier, SPD-Abgeordneter, ähm, stattdessen soll nun ein buchstäblich tonnenschwerer, völlig unkontrollierter Cannabis-Privatmarkt in deutschen Wohnungen entstehen, bei dem jeder erwachsene Stoff für 150 Joints aufbewahren darf. Also, wenn ich, warte mal, 50 Gramm? Genau, 50 Gramm. Er rechnet halt, das, das, das müssen die Leute wissen, er rechnet mit Joints, die halt zu zwei Dritteln aus Tabak bestehen. Ich hätte da 25 Joints draus gerollt, äh, ich hätte da 25 Joints draus gerollt, mehr hätte ich da nicht rausbekommen. Ja. Also maximal. Ja, und dann ist man ja, wenn man das jetzt auf einem Monat ansieht, an dem man das ja kaufen darf, ähm, 25 Joints sind auf einmal wieder weniger als einer am Tag und auf einmal klingt das ja gar nicht mehr so schlimm. Aber wenn der dann einfach in seinem Interview bei NTV in der Zeitung oder jetzt hier Online-Artikel einfach sagen kann, es sind 150 Joints, dann steht nirgendwo, dass das nicht so stimmt. Wahrscheinlich ist er ja einer von denen, die halt mit Tabak mischen würden. Ich meine, der Großteil der Konsumenten in Deutschland sind wahrscheinlich auch, da muss man jetzt wirklich sagen, das werden nicht Purraucher sein, die zwei Gramm in ihren Joint packen. Was aber gesünder wäre, muss man ganz klar sagen, lieber zwei Gramm pro Joint drauchen, als mit Tabak zu mischen. Aber da würde ich dann halt einfach empfehlen, auf dem Vapo umzusteigen. Gibt's auch bei uns im Shop, hab ich eben schon gehört. Denn da könnt ihr dann einfach nochmal ein Drittel sparen. Also wenn ihr, sag ich mal, zwei Gramm in einem Joint hättet, würdet ihr dann nur noch 75 Gramm verdampfen, um dieselbe Wirkung zu haben. 75 Gramm sag ich gerade schon, 75 Milligramm. Ja, also ich finde eigentlich schon 0,3 Gramm, so eine volle Mighty-Kapsel entspricht für mich schon einem Joint. Ja gut, gut, ja gut, okay. Aber dann ist dein Joint auch nicht zwei Gramm schwer. Der wirkte, glaube ich, nochmal ein bisschen stärker als eine eine. Dafür habe ich zu selten geraucht. Ich würde einen zwei Gramm Joint vielleicht mit vier Mighty-Kapseln gleichsetzen. Okay. Gut, dann 0,3, also 1,2 Gramm. Also 0,7, 0,9 Gramm. Das ist auf jeden Fall bedeutsam. Also ich habe eigentlich immer so gesagt, wenn ich das mit früher verglichen habe, als ich noch geraucht habe, ich brauche jetzt ein Drittel meines Materials, was ich früher gebraucht hätte. Das kommt schon ganz gut hin. Aber gut, das ist gerade eh nicht Thema. Da werden wir später nochmal drüber sprechen. Ja, wenn du ihm das noch sagst, dann macht er da irgendwie, sagt er irgendwann, ja, da kannst du 300 Mighty-Ladungen high werden und wie auch immer. Auch schlimmer. Aber was diesen ganzen Satz, also der einfach so unkommentiert da steht, noch absurder macht, ist, auch im Verhältnis zur Alkoholregulierung wären solche Öffnungen absurd. Haben wir irgendwelche Alkoholregulierungen? Darf ich nicht in meinem ganzen Keller voll Alkohol stehen? Genau, darf ich keine 150 Bier im Keller haben oder 150 Flaschen Wodka? Was ist das denn jetzt auf einmal? Ich darf mir doch sogar die Weinfässer in den Keller stehen. Ja, ich meine, ich darf doch auch selber brauen, ohne da sonderliche Regulierung zu haben. Ich darf es halt nicht kommerziell machen, aber ich... Für mich Eigenanbau. Genau. Eigen-Grow. Eigen-Brau. Ja. Und das, also wie im Verhältnis zu Alkohol ist das absurd? Ja, also im Verhältnis ist Alkohol sehr absurd, muss man sagen, weil Cannabis so heftig reguliert ist. Aber was ist denn das? Das kann man doch, also das, ganz ehrlich, das kann man doch als Nachrichtenartikel halt nicht so stehen lassen. Und solche Headlines, also ich weiß nicht, ob sich die Leute das überhaupt so im Detail durchlesen. Weil vor allen Dingen Paradies für Dealer, jetzt ist es gerade ein Paradies für Dealer. Ja. Und, äh, also ich weiß nicht. Nee, ich weiß nicht. Deswegen, diese ganze letzte Woche wurde so heftig gegen die SPD geschossen, aber aus meinen Augen von den Prohibitionisten. Und der Weedmob oder viele Teile davon schlucken es einfach und nehmen es hin und schießen genauso gegen die SPD. Obwohl das genau das ist, was die Prohibitionisten wollen. Die wollen sie aufbringen, damit die dann irgendwann auch keinen Bock mehr haben. Viele SPD-Politiker, das schreibt dann der Sebastian Fiedler hier, sagt das tatsächlich selber auch und ich glaube, das ist das, was die nämlich wittern. Die SPD hat Angst vor schlechter Presse. Und die SPD hat Angst davor, dass die Rechtsextremen noch mehr gegen sie sind, weil sie jetzt ja noch Cannabis legalisieren. Weil alles, was ja im Endeffekt derzeit die Ampel macht, auch die SPD, wird in den Medien hingestellt und gegen die kritisiert. Und sie haben Angst, dass diese Cannabis-Legalisierung jetzt gesehen wird, von wegen ja, die kriegen nichts hin und jetzt legalisieren sie auch noch Cannabis. Die machen unser Land komplett kaputt. Und dieses ganze Narrativ wird einfach mit aufgebaut und die SPD kriegt, dadurch, dass es jetzt im Endeffekt, beweisen jetzt die Medien gerade in der letzten Woche, oh, guck mal, wie hart wir gegen euch schießen können, wie hart wir selbst die Leute, die euch noch verteidigt haben, gegen euch aufbringen können. Lass das mal lieber sein mit der Legalisierung. Wir können alle gegen euch aufbringen, wenn wir das nur wollen. Und da im Endeffekt, ja, so klein bei dann davor zu geben, vor dieser medialen Angst. Und da, also auch, falls SPD-Politiker hier zugucken, liebe SPD-Politiker, ich glaube, das ist ein Trugschluss, wenn man jetzt Angst davor hat, dass der rechte Rand, die eh gerade bei der AfD rumfischen, dass die, die ja, das sind ja tendenziell, die Rechteren sind ja tendenziell, die, die gegen die Legalisierung sind, dass die dann noch mehr gegen die SPD sind, weil sie die Legalisierung als so schlimm ansehen, weil SPD, ihr müsst doch einfach nur daran denken, wer ist denn für die Legalisierung? Es sind gerade die jüngeren Leute. Und wenn ich jetzt mal Parteipolitik mache und mir überlege, ich will die nächsten Wahlen gewinnen, ich will Wähler haben, dann muss ich eine Partei sein, auf die man sich zum einen verlassen kann, weil sie Wahlversprechen einhält. Und zum anderen muss ich mich ja bei jungen Leuten beliebt machen. Und ich kann mich ja bei jungen Leuten nicht beliebt machen, wenn ich denen jetzt die Legalisierung wegnehme. Wenn jetzt die Legalisierung weggenommen wird, werden euch die Rechtsextremen weiterhin hassen, weil die hassen euch so oder so. Und auf einmal hassen euch auch noch die Leute, die bisher noch hinter euch standen, weil ihr wenigstens Sachen wie die Legalisierung vorangebracht habt, die die jungen Leute nun mal interessiert. Und jetzt aus der Angst vor den Rechtsextremen die ganzen anderen Sachen auch noch fallen zu lassen, ja, dann haben die halt gewonnen. Dann gibt man einen kleinen Bei und man hat verloren. Und genau das darf nicht passieren. Deswegen auch, lieber Weedmob, stärkt die SPD, bekundet darin und sagt, ihr findet es gut, dass die Legalisierung umgesetzt werden soll. Natürlich ist es schwierig, weil es lange dauert und wir das alle viel, viel eher haben wollten. Und das ist doch so komplex jetzt. Sie sollten jetzt sich auch nicht bedanken, dass es kommt, sondern sie sollten mehr, also dass es definitiv kommt, sondern mehr sagen, ich finde es gut, dass ihr das jetzt macht. So nochmal so eine Art Bestärkung von wegen... Vergesst es aber nicht, bitte. Vergesst es nicht. Aber halt nicht so dreist sein, nicht so unfreundlich sein. Natürlich dauert es alles lange, habe ich gerade schon gesagt. Und es ist auch unzufriedenstellend, dass es so lange dauert. Es sind super viele Ressorts daran beteiligt. Ja, dementsprechend, ja, ich bin auch gespannt, also wie gesagt, haben wir auch vorhin schon gesagt, wir sind generell gespannt, wie ihr dazu derzeit steht. Ich bin auch gespannt, ob ich richtig liege oder nicht. Also ich sehe es wirklich als großes Druck machen der eher konservativen Medien, die halt jetzt auf die Weise versuchen, die Legalisierung zu stoppen. Sie haben es vorher versucht, indem sie im Endeffekt ihre Leute mobilisieren wollten, indem sie halt in Talkshows und so das Cannabis-Gesetz immer schlecht geredet haben oder in Zeitungen oder sowas. Ich höre es auch regelmäßig von meinem Opa, der dann auf mich zukommt und dann sagt er wieder, ja, jetzt habe ich hier gerade wieder gelesen, eure Legalisierung, das wird ja nichts, das ist ja grauenhaft. Da kommen ja immer mehr Leute, die dann noch kriminell und was auch immer und dann werden die Sachen, die halt so in der Süddeutschen oder jetzt auch bei NTV abgedruckt werden, werden halt einfach hingenommen. Oh ja, ich habe gehört, da kannst du ja so viel zu Hause aufbewahren, da kannst du ja monatelang die ganze Zeit high sein und voll abhängig und ich hoffe, ich hoffe es, ich hoffe es, Leute. Oh, ich hoffe es, ich kann mir das gar nicht mehr alles geben so. Ich meine, ich kann auch monatelang die Birne wegsaufen zu Hause. Ja. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und solche Sachen werden halt einfach komplett hingenommen und jetzt wird es halt andersrum versucht. Jetzt wird versucht, ach komm, jetzt versuchen wir die Legalisierungsbefürworter auch noch gegen, also nicht gegen das Gesetz, aber im Endeffekt gegen die Parteien aufzubringen, die dieses Gesetz machen. Und das schwächt natürlich unsere Sache. Jetzt, ja, ist, wir haben kaum andere Möglichkeiten. Also ich glaube, wenn ich mir jetzt ausmale, was könnten wir machen? Die eine Option ist, das, was ich eben gesagt hatte, man unterstützt im Endeffekt die Regierungsparteien wie die SPD und bekundet, wir finden es gut, dass ihr das mit dem Gesetz angeht im Endeffekt. Das muss jetzt im Endeffekt aber auch kommen und halt nicht so beleidigend werden und da im Endeffekt sagen, ihr seid kacke und habt eh schon alles verkackt, verloren, wie auch immer. Weil, naja, bei dem anderen hat man definitiv kein Happy End. Wenn jetzt gegen die SPD geschossen wird und da immer, immer weiter einfach nur negative Nachrichten kommen und alle nacheinander aufgeben und keine Lust mehr im Endeffekt haben und sich denken, ach, wird eh nichts, dann haben wir definitiv nicht die Chance, dass da was kommt. Es muss halt unser Kampf, unsere Hoffnung im Endeffekt weitergehen, bis wirklich der Nagel im Sarg ist im Endeffekt. Also wir haben ja keine Option. Wir können ja leider nicht selber uns einfach in den Bundestag setzen und das Gesetz verabschieden. Das ist ein bisschen ein längerer Weg, wäre möglich, man muss sich halt wählen lassen. Ja. Musst du dann halt in deinem Wahlkreis zu Hause richtig Stimmung machen für dich, damit die dich dann halt reinnehmen. Dann bräuchte ich aber erstmal einiges an Geld, damit ich mir meine ganzen Wahlwerbung leisten kann. Ja, das ist halt so, möglich wäre es. Ja, möglich wäre es, definitiv, aber nicht diese Legislatur. Aber selbst dann hast du nicht die Möglichkeit, so viel zu verändern, dann bist du ja auch nur ein kleines Zahnredner. Also, wenn ich dann irgendwann mal Parteivorsitzender der SPD bin, dann kann ich das machen oder wie? Dann kannst du sagen, ne, das denken wir jetzt nicht durch. Ja, genau. Ich unterschreibe das nicht. Ja, also es darf sich halt nicht darin verlieren, dass jetzt irgendwie gesagt wird, das Gesetz ist nicht perfekt, da ist was. Also es muss, Hauptsache es kommt durch, aber ja, schwierige Zeiten, in denen wir derzeit sind und nicht nur das betreffend, aber das ist halt das Thema, worum es hier auf den Kanal geht. Ja, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, ob es was wird, wie es was wird. Wir werden, glaube ich, diesmal auch nochmal eine Umfrage machen. Das sagt, die letzten Male schon können wir euch gerade mal die Ergebnisse von den letzten zwei Umfragen. Da sieht man schon, dass die Tendenz auf jeden Fall kippt. Ähm, nochmal eine Umfrage machen, um euch zu fragen, wie ihr denkt, wann die Legalisierung, ob sie kommt, ähm, schaut bei uns im Community-Tab nochmal vorbei. Da werdet ihr die auf jeden Fall sehen, wenn jetzt die Folge online ist und die Folge ist ja jetzt gerade online, sonst würdet ihr sie nicht sehen. Das stimmt. Ja, also meine Botschaft ist, mutig bleiben, bleibt am Ball, lasst euch nicht unterkriegen, machen wir weiter. Ähm, was wir uns auch gerne mal geben können, sind Vorschläge, Themenvorschläge für den Podcast, für eine Studio-Folge, ob, äh, oder schreibt allgemein einfach Themenvorschläge. Wir überlegen uns dann, ob wir darüber einen Podcast machen oder eine Studio-Folge. Ähm, sind wir auf jeden Fall auch sehr dankbar drüber. Wir haben zwar noch viel in Petto und haben noch viel vor, haben auch schon viel produziert, wird auch noch viel kommen. Ähm, gerade um Vaporizer wird es in Zukunft ein bisschen, äh, häufiger gehen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen und, ähm, jetzt bleibt uns, glaube ich, nichts weiter, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen und bleibt schön heiter. Auf Wiedersehen. Musik Musik